Liebe, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind im Parkhaus und zwar in Holland mit Mama Leonie und Anna. Wir möchten euch live mitnehmen, also habt viel Spaß dafür mit dem Video. Danke schön, dass ihr angeschaltet habt. Leonie friert. Anna, ist wie immer hier bei Oma? Okay, Aufzug. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Wo müssen wir denn draufdrücken überhaupt? Ich bin gefriert. Also ihr seht, Ikea. Oder seht ihr nicht? Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera gesucht hat. Ich glaube nicht. Also ich habe ja auch mein Pocket gerade dabei, damit mein Handy, meine Kamera nicht leer geht. Hier soll es Eingang sein. Warte, warte, ich. So ihr Lieben, ich habe Hintergrundlautstecker einfach weggemacht und spreche euch, babbel was drauf, erzähle euch 28 Minuten oder etwas. Es war Hintergrundmusik. Bei Ikea war es super, super laut und ihr hättet mich einfach teilweise gar nicht verstehen können. Und das darf man ja bei YouTube auch nicht so. Ich habe es ja nicht gern gesehen, deswegen, ja. Hier haben wir direkt am Anfang so ein Zimmerchen. Fand ich auch total süß. Und den Tisch und die Einrichtung allgemein. Mega schön. Die Treppe. Also total goldig. Irgendwie gemacht. Allgemein. Ein Pädchen. Und da haben wir auch Anna, Leonie und meine Mama. Dieses, dieser Wagen, der ist auch mega schön. Ich meine, ich habe den irgendwo etwas günstiger gesehen. Und voll, der geht dann auch. Der hat, meine ich, 30 Euro oder so gekostet. Bin ich mir auch da gar nicht mehr so ganz sicher. Der Tisch ist auch so wunderschön. Allgemein bin ich das erste Mal in Ikea. Und, ähm, also ich war vor sehr, sehr, sehr lange, lange Zeit bei Ikea in Hessen. Und das zähle ich einfach gar nicht, weil ich nicht mehr weiß, wie Ikea aussieht. Und, ähm, ja, deshalb nenne ich das mal das erste Mal. Und, ähm, wir haben uns auch direkt einen Hellen ausgesucht in Niederlande. Deswegen sind wir auch dahin. Hier so ein schönes Mädchenbett in schön rosa. Das ist so, in der Kamera ist das so irgendwie rosa, rosa, denke ich mir. Aber das ist so ein schönes altrosa. So richtig schön designt, also richtig schön. Hätte ich mir für meine Anna gewünscht, aber das ist nicht mehr, ähm, lange hin. Und dann braucht sie ein normales Bettchen, ne. Dann kann ich, wäre schade für das Bett, wenn es erst gekauft ist. Auf jeden Fall. Aber für die, die schwanger sind und, ähm, eben kleinen Kinder haben, ist natürlich wunderschön, hier ein Babybett zu kaufen. Hier, die Ikea, habe ich gemerkt, ist berühmt mit diesem Bärchen. Der kostet 1,49 Euro auch nur. Wir durften auch zwei direkt mit. Einmal für Liam und einmal für Anna. Ähm, dann haben wir einfach vieles andere nochmal angeschaut. Der ist ja wirklich, wusste nicht, dass der Ikea so viel hat. Ne, der ist ja von Kuscheltier bis, ach, Essen und alles Mögliche mit dabei. So ein schönes Terrassehittchen, ne. Und ich habe ja auch das erste Mal so richtig mit meinem, äh, mit meiner Kamera, äh, gefilmt, mit meinem, ne. Ich vergesse mal, wie meine Kamera heißt. Auf jeden Fall wisst, was ich meine. Ähm, aber dennoch bin ich mit den Aufnahmen, ähm, zufrieden, hoffe ich, äh, ihr auch. Ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Ich habe hier ein süßes Schweinchen. So süß. Ja, ein Deckel. 30 Euro natürlich, also für mich persönlich viel, aber eigentlich ist das auch in Ordnung, der Preis. Ich habe jetzt keine Decken gebraucht. Es gibt viel zu viele Decken zu Hause für meine Kinder. Ja, von Wickeltisch bis sonst was. Das war natürlich sehr interessant für die Leonie. Sie war hin und weg und, oh, mein Gott, Mama, ich würde das für mein Kind und das für mein Kind. Ähm, sie ist ja noch ein Kind, aber so. Ich glaube, bei uns Mädchen ist es schon so intrigiert, so dieses Mama-Instinkt. Und, ne, Leonie wächst ja auch in eine große Familie auf, mit Kleinkindern. Da hat man dieses Instinkt dann wahrscheinlich sowieso. Ja, hier haben wir so interessante Töpfe. Ja, ganz cool, hier das Teil nimmt sich raus, weggibt ihn, reinsetzen und das war's. Ne? Fand ich total easy. Dann haben wir hier so Bademäntel und, ach, ganz viele süße Stühlchen. Ja, so ganz, von ganz einfach bis, ne, ganz stilvoll, sag ich mal. Ähm, wie dieser hier. Der hat mir ja richtig cool gefallen. Den kann man hochdrehen, runterdrehen. Dann kann man das Teil abmachen. Anna hat so einen Holztisch wie dieses Weiß und Schwarz, also aber in Holzfarbe. Ist auch super, super gut. Och, mein Handy gerade am Bimmeln. Entschuldigt mich, ich habe gerade eine SMS erhalten. Hier, der Tisch ist auch sehr zerraffend. Ich sag ja, das ist von einfach bis irgendwie so ganz stilvoll. Dann haben wir hier, ähm, schönes verarbeitetes, sagen wir mal, ähm, Plastik, Besteck, Geschirr. Aber so, so schweres Plastik, nicht Plastik, Plastik. Das kann man tatsächlich gut benutzen und lange auch. Habe ich jetzt persönlich nicht gebraucht. Ich habe viel an so einem Zeug, aber ich fand es sehr, sehr schön. Die Farben sind wunderschön, so Bastellfarben, so schöne, leichte Farben. Ja, und da gehen wir mal weiter und, ähm, schauen uns hier so vieles an. Ich habe gedacht zuerst, dieses Ball bleibt kleben an der Zielscheibe. Aber, ne, tut es nicht. Das ist einfach nur so als Musterung gewesen. Aber Xenia, ne, bevor man es nicht ausprobiert. Wir haben gedacht, die Anna soll mal werfen, aber es bleibt hier nicht kleben. Deshalb, ne. Also es ist richtig schön, wenn man sich ein Ikea-Zimmer einrichtet. Wie gesagt, Preise sind total in Ordnung. Das wusste ich ja vorher nicht. Ähm, man kann sich wirklich stilvoll einrichten. Wahnsinn einfach. Da habe ich auf jeden Fall was vor, wenn ich, wenn der Zeitpunkt dazu kommt, dann würde ich schon sehr, sehr gerne mit meinem Mann nach Ikea fahren. Und unser Schlafzimmer, äh, wie auch den Jungs und der Leonie auch von Ikea einrichten sind. Aha, einfach mega, mega schön. Hier haben wir auch Farben zum Malen und, ähm, auch, ähm, Pinseln und so viel, so viel mehr. Wahnsinn einfach. Bastelsachen und alles. Wie gesagt, ich habe nur gedacht, Ikea hat nur Möbeln. So, sowas in meinem Kopf hinterlegt. Aber wir haben hier und Kreide und, wie gesagt, alles Mögliche von A bis Z. Wirklich alles da. Sehr schön für die Kinder hier zum Beispiel auch diese Tafel. Direkt mit einer Rolle Papier. Also das nenne ich auch mal eine wirklich klasse Idee. Mega, mega schön. Hm. Wie gesagt, ich würde am liebsten alles dort kaufen. Alles leer kaufen. Komplette Ikea kaufen. Das fand ich auch total süß, eingerechnet, so mit der Küche. Ich meine, die Anna hat ihre Küche. Äh, die ist auch wunderschön. Aber hier noch so ein, so ein, so ein, so ein Häuschen drüber. Ähm, wirklich klasse Idee. Einfach mega. Und dann haben wir hier wirklich ein Paradies an Kuscheltieren. So viel. Also die ganz großen haben 12,99 gekostet. Diese Elefant hat, glaube ich, 17,00 Euro gekostet. Also ein paar Unterschiede. Gab das schon zu den Spielzeugen. Aber im großen, klein, im großen Ganzen. Die ganz kleineren haben, äh, zwischen 3,99 und, ähm, 5,99 gekostet. Ja, da gab es schon einiges, ne. Hat mir auch schon so viel gefallen. Ein Hai, ein Wall und ein Faultier und ein Eisbären, äh, der so süß war. Ähm, ja. Ja, so viele Tierchen. Also sie haben auf jeden Fall fast alles angefasst. Äh, der Dino hat mir super, super süß, ähm, gefallen. Der ist ja so liebevoll. Ähm, und so süß sah er aus. Ähm, muss ich auf jeden Fall der Anna zeigen, weil sie interessiert sich auch manchmal für die Dinosaurier. Sie liebt, am allerbesten liebt sie ja Hunde und Katzen. Ähm, aber Dinos sind, Anna hat sich erschreckt hier. Leonie hat sich mit dem Dino, äh, mit dem Krokodil erschreckt. Ähm, ja, der sieht auch gruselig aus eigentlich, ne. Aber so Dinos und die hier zum Beispiel auch, ne, so diese Pflanzenfletter und so, die sind ja eigentlich ganz, ganz süß. Ähm, oh, die Anna, der legt umarmen. Ich will, ich will das haben. Und, ja, sie hat sich auch einiges ausgesucht, aber im Endeffekt wollte sie am Ende nichts mehr haben, außer diesen kleinen Bärchen. Ja, ist ja auch gut. Wir haben genug Spielträge zu Hause. Ah, was mir so süß gefallen hat, das ist dieser Wolf, beziehungsweise dieser Husky, so ein ähnlichen hat mein Mann, als er klein halt war. Und den hat, hat meine Schwiegermutter noch. Da fand ich so, so süß, also den Tackel, so ein Ball, da kann man ja auch was in den Mund reinlegen, ne, gibt einen Dreißverschluss auf. Ähm, wir haben, wie gesagt, alles einfach, alles durchgeguckt. Äh, wir waren auch am Ende sehr erschöpft, aber wir waren glücklich, dass wir da waren. Und, ähm, das bestimmt auch nicht zum ersten Mal. Und nicht zum letzten Mal, meine ich. Also, seht ihr, wie Leonie, äh, der Anna einfach alles anbietet, aber das Kind möchte nicht. Hm, erstmal eins und dann, äh, doch, dieses Bärchen möchte ich nicht, ich nehme dies und dann das doch nicht. Ja, wenn man die große Auswahl hat, ne, und dann möchte man ja eigentlich gar nichts mehr haben. Ähm, ähm, einfach Wahnsinn, wie gesagt, so schön, wir waren so glücklich. Einmal einen kleinen Hund, Husky, so süß, die sind auch so, so kuschelig gewesen, das ist einfach Wahnsinn. Ja, dann haben wir hier weiteres Zimmerchen, die Einrichtung, total einfach, total leicht. Meine Kamera, aber dennoch stilvoll, finde ich. Das ist so schön gemacht, einfach. Ach, ja. War ein sehr, sehr schöner Tag. Dann gehen wir hier mal durch. Ich hab immer mal so ein Stückweise mal was entdeckt und, ne, euch mitgenommen und gezeigt. Hier, das hat mir auch super gefallen mit dem Holz, Regalen, ne, und dann kann man so schön einrichten. Ich, das kommt mir immer noch nicht so ganz im Kopf ein. Also auf jeden Fall so schön, einfach und aber doch so schön. Ja, wir haben Regale geguckt, weil meine Mama wollte sich ein Regal kaufen, ähm, den man halt nicht in die Wand bohren muss. Einfach so ein Regalchen, was man auf ihre Kommode stellen kann, wo man halt ihre Energiesammlung, ähm, draufstellen kann. Damit es schöner aussieht, einfacher aussieht, ähm, haben wir jetzt aber nicht so derartiges gefunden. Eventuell käme ein Regal in Frage. Aber, ähm, das machen wir dann beim nächsten Mal. Na, da war ja auch in Ikea einiges am Umbauen, haben einige Gänge am Machen. Vielleicht kommt da noch was Neues dazu. Leonie sucht sich einen Spiegel. Ähm, Hallöchen, da bin ich mal. Äh, und da haben wir auch eins gefunden. Ja, mal schauen, wann das Leonie bekommt. Ähm, ja, dann haben wir hier auch verschiedene Kommoden und Schränke, die aufgebaut sind und, ja, von allem ein bisschen, ne. Da haben wir so einen Wohnbereich, ne. Das hat mir auch so sehr gefallen. Ähm. Äh, wie soll ich sagen? 390 haben wir ja ein Panda. Da hat meine Mama wieder gefragt, ob die Anna als Panda möchte. Aber, hm, erst mal ja und dann doch nicht. Weil sie ja da schon auch paar Stück ausgesucht hatte. Das hier hat mir super gut gefallen. So ein kleines, drum, das Tieflein. Ähm. Ähm, dieser Sessel und, ne, so diese Lampe dahinter. Ähm, einfach wunderschön. Die Farben sind, die Farben sind auch klasse einfach, also, ne. Preise, wie gesagt, sind eigentlich, ja, für heutzutage total in Ordnung. Ich glaube, ähm, Ikea ist nicht unbedingt das teuerste. Also, ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, ne. Und das hat mir auch super gut gefallen. Dieses Regal, diese Wohnwand oder was auch immer, wie man das nennen kann. Einfach, wunder, hübsch. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr auch so günstiger findet, wo ihr eure Möbel einkäuft. Äh, also, ne. Sehr schöner Tisch auch, so eckig, ne. Auch so ganz schlicht und einfach. Wie gesagt, ganz viele Regale ohne Ende, die man sich zusammenbatteln, bauen kann. Hier dieses Stil gefällt mir auch. Das ist ja sowas wie Vintage, ne, oder? So, ähnliches. Ja, dann haben wir hier Wohnbereich, beziehungsweise Küche, ne. Fand ich auch total interessant. So ein hoher Tisch mit so halt Drehstühle, ne. Und hier eben wieder so ein Schreibtisch mit dem Stuhl. Ähm, hier sind ganz, ganz viele Stühle. Die da, die oben haben mir gefallen, sind glägliche, sind rosa. Ähm, ja. Ja, hier oben ganz, ganz bequeme Stühle auch, ne. Also man findet auf jeden Fall was. Man findet auf jeden Fall was. Ich habe für mich zum Beispiel hier so einen Schminktisch entdeckt. Es ist kein Schminktisch, aber ich würde, ähm, daraus einen Schminktisch machen. Hat mir super gut gefallen, weil ich würde auch gerne in die Ecke stellen. Und, ja, Platz ist genug. Ich könnte mir auch einen Spiegel, mein Mann würde mir einen Spiegel da reinbauen. Also, richtig schön. Ja, hier haben wir Küchen. Ein schöner Tisch, ne. Und das ist so ein Plastikstuhl. Also, würde ich persönlich nicht wollen, aber es ist dennoch sehr interessant. 70 Euro, ne. Stolze 70 Euro kostet dieser Plastikstuhl. Und der ist ja wirklich Plastik, Plastik, aber sieht, sah ganz interessant aus. Leonie hat hier diese Küche gefallen, diese Schränke, sagen wir, im Verlauf zusammen mit dem Tisch. Also, ne, das ist so eine Insel, Kochinsel zusammen mit dem Tisch. Das habe ich auch noch nie so gesehen. An sich, richtig coole Idee. Also, auf jeden Fall stilvoll. Mal was anderes. Also, hat mir super, super gut gefallen. Die Lampen, die sehen auch so cool aus. Also, richtig klasse. Ihr merkt ja die Begeisterung in mir. Ich kann gar nicht aufhören, mich zu begeistern. Ich möchte auch keine Werbung hier irgendwie irgendjemandem was aufzwingen. Ist ja unbezahlte Werbung. Ich bekomme von Ikea nichts dafür, aber ich war eben total baff von Ikea. Zwei Backöffeln, das war auch mein Traum immer. Richtig schön. Mega, mega schön. Die Küche ist echt klasse. Also, megatastisch. Ja. Dann ist hier auch Noah, aber das ist immer noch dieselbe Küche. Der Waschbecken war richtig cool. Also, so tief, meiner ist auch tief, im Prinzip, aber der war sehr, sehr schön. Die Regale müsste ich auf jeden Fall mal aufmachen und drauf schauen. Ja, so eine Küche ist halt, wenn man wirklich große, große Küche hat. Ja. Was ich mir wünsche, ich würde sehr, sehr gerne unseren echten Tisch ersetzen. Und zwar mit so einem runden Tisch. Ich würde sehr, sehr gerne am runden Tisch essen. Aber der Tisch muss auch groß ausziehbar sein. Ja. Na, hier haben wir weitere, ähm, weitere Modelle, sagen wir mal, an Küchen. Ja, man hat auch, man kann auch so ein richtig kleines Küchlein einrichten. Total stilvoll, bis auf eine XXL große Küche. Auf jeden Fall für jeden was dabei. Hier sind natürlich die Tische. Dieser Tisch hat Leonie persönlich sehr gut gefallen. Ja, der ist fast rund, oval, ne. Aber ich hätte tatsächlich wirklich richtig rund, 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 runden Tisch gehabt. Hier haben wir nochmal süße Aufstellung mit diesem Plastikgeschirr. Ja, von Stühle, da kannst du dir auch wirklich was aussuchen. Von bunt bis ganz normal schlecht. Von Holz bis Plastik bis Metall. Und ja, da gibt es wirklich gar keine Grenzen. Wirklich überhaupt nicht. Ja, dann hat mir auch dieses Schlafzimmer schön gefallen. Ähm, dieses Bett und mit diesem, ähm, ja, so wie das halt da steht. Es ist einfach, hat einfach alles gepasst. War einfach alles total schön. Ähm, ja, Spiegelein. Und hier das in der Mitte, dieses, so ein Regalkommode, würde ich mal sagen, ne. Ist auch mega, mega schön gewesen. Und dann hat mir dieses gefallen. Hätte ich mir jetzt für ein Arsenie, also meinen Jungen vorgestellt. Das ist ein Doppelbett da oben. So ein großes, ich glaube, 1,40er oder 1,60er war das. Ja, und unten kannst du auch Computer-Tisch und sonst was aufstellen. Mega platzsparend. Dann habe ich hier so schöne Sirups entdeckt. Ne. Ähm, und Holunder, äh, Sirup. Ja. Und dann haben meine Mädels natürlich Pflanzen entdeckt. Das gab es, äh, eine Reihe von Echtblumen und, ähm, es gab dann auch eben Plastikblumen. Und, ähm, ja, also hier sind Plastikblumen gewesen. Ähm, dennoch auch trotzdem sehr schön. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Ach, das hat mir auch so gut gefallen. So ein, so ein Regal, ich weiß gar nicht, ne. So Töpfe und schöne Geschirr. Die Farbe ist einfach echt klasse. Also hier ist es nicht mehr so interessant gewesen. Ähm, ganz, ganz viel halt an Geschirr und Töpfen und, ähm, Geschirrhilfsmittel, ähm, Kochlöffel und, und, und. Sehr, sehr viele interessante Sachen. Aber, ja, ganz interessant war halt so das ganze Deko und so richtig, ähm, die Hauptsachen eben, ne. Aber wir haben trotzdem auch nochmal was mitgenommen. Und zwar hat, dann haben wir diese Löffel total gefallen. Der ist so mega glatt. So bequem einfach. Und, ja, der durfte einmal auch mit. Wir waren uns unsicher mit dem Preis, weil wir den Preis nicht so ganz erkannt haben. Wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall ein bisschen holländisch zu lernen, wenn wir schon so oft nach Holland fahren. Und manchmal sind wir einfach am Verzweifeln, weil wir nicht wissen, was das bedeutet, was das heißt. Und man will ja nicht ständig hingehen und jemanden nerven. Ja, Brot, ähm, Dose sozusagen, oder? Das ist jetzt so ein mega schweres Brötchen gewesen. Der hat auch 35 Euro gekostet, ne, aber richtig schweres Holzstück. Aber trotzdem sehr, sehr schön, ne. Ja, dann haben wir hier noch eine Reibe gesucht. So zum Reiben. Und, ähm, haben auch eine kleine gefunden. Hier sind auch erstmal Messern drauf. Ketchup habe ich entdeckt. Also, einmal nur so eine, ne, 500 Gramm. Dann auch, äh, einmal Senf. Und Rösti Zwiebeln. Ja. Ja, ne, wie gesagt, Ikea hat alles. Ähm, das ist absolut mein Lieblings, äh, Ding hier. Diese Schale 20,69 kostet sie. Etwas günstiger natürlich bekomme ich bei Action. Auch gut verarbeitet. Und, ja, ja, diese Farben an Geschirr ist mega schön. Ich wollte das hochnehmen, aber das ist festgeklebt. Das ist festgeklebt. Soll ja nicht jeder rumtragen, ne. Ist ja so ein Deko. Ja, schön hoch oben stehen auch die Teller richtig schön aufgebaut. Ähm, mit schönen Farben einfach. Fand ich richtig, richtig klasse einfach. Dieses Deko hat mir auch super gut gefallen. Ja, zu guter, fast letzt, sind wir schon zuletzt des Videos fast angekommen. Sind wir hier auch, ähm, in der Kissen- und Teppichabteilung. Ähm, da gab es auch tatsächlich, oh je, oh je, oh je, so viel Auswahl. Da kannst du gar nicht, ähm, wissen mit, äh, was bist du denn jetzt richtig, ne. Welches Kissen ist für dich passend oder nicht. Da kannst du wirklich einige Tage mal reingehen und dich da schnuppern. Und das ist wirklich viel Auswahl. Ähm, hier haben wir deckende Abteilung. Das fand ich auch mal total ordentlich und süß gemacht. Bin nach Farben auch eingerichtet. Ähm, ja, Bettzeugs einfach mega klasse. Ähm, hier das hat mir auch an Ausstellung auch schön gefallen. Einfach die Farben und wie das gemacht ist, fand ich schon richtig klasse aus. Ich bin begeistert. So, ihr Lieben, jetzt haben wir hier Lampen. Ach, da gibt es auch so, so Millionen von verschiedenen und, ähm, mir gefallen oft so ausgefallene Sachen. So ganz, ganz interessante Sachen. Und, ähm, ja, da kann man auf jeden Fall auch was finden. Die hier waren so schön, waren so bunt. Ich glaube, ich würde genauso auch genau alle dahin hängen, bei mir irgendwo. Also, ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen und ganz alle Lampen euch zeigen. Aber so beim Vorbeilaufen, so einiges, habe ich dann halt mitgenommen. Ne, weil bei den Lampen war das so, so heiß. Und wir waren dann auch schon einfach am Ende richtig k.o., hungrig, nach so viel Laufen. Und, ja, das war's mit unserem Ikea. Ja, wir sind fertig mit Ikea. Und, ich glaube, ja, Parktec 1. Ich glaube, 2, oder? 1. Okay, wir werden wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen mein Auto suchen. Wir haben hier ein paar Chips. Dann hat Anna hier so ein Checkdata machen. So ein, für 1,49 Euro so ein Bärchen. Einmal für Liam und einmal für Anna. Ja, dann haben wir ein stimm normales Cocklöffel hier. Äh, die ist richtig richtig schön, allerdings. Ich weiß gar nicht, wir müssen gleich auf den Zettel gucken, was sie gekostet hat. Äh, wahrscheinlich irgendwas mit Farbe. Ja, wir sind hier. Oh, stimmt. Ganz schnell unser Auto gefunden. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir suchen jetzt erstmal uns noch ein Geschäft, weil wir Hunger haben. Wir haben da KFC. 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 KFC, da unten. Wir suchen uns erstmal was zu essen. Wir haben Hunger, beziehungsweise meine Leonie hat Hunger. Ihr ist schwindelig. Irgendwie. Ja, zu wenig Watt, ich muss aufmachen. Äh, Autoschlüssel ist immer, ähm, links. So, ihr Lieben, ich beende das Video, wünsche euch alles, alles Liebe, bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich über eure Däumchen nach oben, über eure Kommentare und über eure Unterstützung. Die ist nämlich kostenlos und das macht uns Freude und euch auch. Ihr Lieben, tschüsschen, bis morgen, bis zum neuen Video. Eure Xenia. Eure Xenia.